Ich glaube ich kann auch wegrennen, wenn ich bin. Ich glaube ich sollte hier nicht so wahllos rumknallen. Ja ich glaube es auch, sonst kommt noch der nächste Depp. Wow, du hast recht, der ist schon da. Ach ne, der rennt zu dir. Ja, ich hab mich voll erschreckt. Es gibt so ein kleines Problem, nämlich ich hab ganz schön viele Zombies auf mich gehetzt. Oh fuck. Der ist mir zu nah, ich muss jetzt ein bisschen rennen. Wo bist du in der ersten Lager? Wo bist du in der Halle, oder? Uff ja, ne ich bin in dem Feuerwehraus, also ich bin mal Ambulanz. Ja da kommen gerade ganz schön viele Zombies die Treppe hoch. Ah toll und alles für nix. Da ist gar nix drin. Lo, ich blute, obwohl der voll weit weg von mir war. Wow, Alter Mann, du erschrickst mich ja mal. Ja dann verarzt du dich schnell. Jetzt hab ich nur noch 9000 gleich. Oh Gott, ich will da gar nicht runterschauen. Warte ganz kurz so. Okay, 10.000 Euro für den Beut. Oh, oh. Fuck. Warte mal, die genauer One-Shot, also was du für eine Waffe? AKM, also alle One-Shot, ist ganz gut. Alles gut. Boom. Ich seh nix. Wieder. Wieder die alle Schnitzel. Ah, nix mehr. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich auch nicht. Trotzdem. Wir müssen hier weg, also. Ja, dann lass mich mal hier runter, ne? Hast du schon alle Lager durch? Ja, da war die nicht. Sag mal, sag mal. Okay, wir müssen jetzt schnell die Geflucht ergreifen. Scheiße. Ey, geh mal ein bisschen weg, da. Ja, sorry. Ja, danke. Ja, okay. Danke, danke. Oh, fuck. Oh, fuck. Nachladen, nachladen. Alter! Warum haben wir nochmal die Regel gemacht, dass wir uns nicht ausloggen dürfen? Ja, ne? Warte. Warte, wir müssen jetzt rausrennen. Rausrennen. Ich hätt jetzt fast n Headshot gegeben. Rausrennen, vor allem. Okay, ich hab ne Idee. Warte, nicht schießen, nicht schießen. Boah, ich muss, ich muss... Okay, jetzt rennen, 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 rennen. Ja, warte, ich hänge hier fest. Ah, jetzt. War, schnell. Warte. Gleich wieder in den Hegel oder was sagt, ne? Ich hab mal gehört, ausschau. Ne, warte mal genau, der Tower, der ist wichtig. Weil der gibt auch, der gibt auch einen Notausgang, schnell in den Tower, in den... Oder schau nochmal alle Dinge durch, vielleicht ist was Neues gesporn. Also ich geh nochmal in den Tower, weil... Wollten der, achter. Ja, weil... Vorsicht, ne, weil da ist hier so ein kleiner Brocken, du kennst ihn ja schon, ne? Ach, ne, nicht. Oh Gott, da war ich, bin ich fast dran verreckt, denn wir bekommen... Oh Gott, oh Scheiße. Ja, toll, jetzt hab ich das Zeichen nicht auslocken, das ist mal wieder toll, ne? Ey, ich bin hinter dir, ne? Ah, ich gehe über den Notausstieg gerade. Ich weiß immer noch nicht, ob das eine gute Idee ist, hier rumzulaufen. Ich auch nicht. Trotz, wenn hier überall Spieler laufen und die uns sehen, wie wir Zombies abknallen. Naja, wenn sie uns abknallen, dann haben die die Zombies abknallen halt, also. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele sind. Sonst sind doch immer welche hier. Ja, ich weiß, was zu essen, sehr gut, mal wieder was gefunden, ne Pasta. Ja, ich? Ja, ich? Ja, ich? Mach' ich wie beim Italiener. Ja, jeder, der die Leiter hochklettert will, der kommt nicht mehr hoch. Alter? Ich war die Leiter der Munition. Ey, hier ist ein AK-Moniz, eine AK-Moniz. Äh, 30 Jahre in DRK, brauchst du doch, oder? Ja, ja, die kann ich dann gleich gebraucht werden. Also noch ein paar Bilder. Ich schau mal wegen der Granate. Uff, kein Platz mehr. Ich hab' schon hier für reichlich trinken und essen gesorgt. Panky, dann, Smokane. Wollt ihr AK im Haus oder oben? Äh, unten im Haus. Da steh' ich gerade. Okay, okay. Da nehm' ich jetzt mal die Granate in den Rucksack. Wow. Hier liegt ganz schön viel irgendwie. Ja, ich hab' grad' den Fencing-Kit, also den Zaun da, abgelegt. Oh, da haben auch schon nen Freund. Und, wo, die werden jetzt alle oben rumkommen, ne? Weil wir oben rumgegangen sind. Ich schau mal ganz gut so ganz. Was ist ein, ein, ein Wire-Fencing-Kit? Das ist der Zaun. Die kannst du aufstellen. Ach so, die können wir gleich aufstellen, wenn wir gehen, oder hast du noch nen Platz? Oh, Vorsicht, ne. Warte, ganz kurz, ich mach' den mit, einmal. Makarov dachte ich, egal. Warte. Sorry. Okay, hier unten ist alles frei, jetzt müssen wir uns beeilen. Warte, die kommen. Ich steck da fest, warte mal. Geduckt, du musst da geduckt durch, glaub ich. Die kommen von hier. Ja, trotzdem, geh runter. Da unten ist frei. Auf X. Ich komm nicht durch. Ah doch, jetzt bin ich durch. Wo bist du? Und muss ich da irgendwie ducken. Ja, ich renne in Richtung... Obwohl, sollte ich nochmal im Feuerwehrhaus nachschauen? Ich schau nochmal im Feuerwehrhaus nach wegen dem, äh... Ja, okay, ich komm mit. Ich komm mit, ne? Ja, okay, ich rückendecken. Deco. Ich muss eh gleich was essen. Hier, hier, schau mal hier im Erdgeschoss, ob du... Oh Gott, haben wir das vermetzelt hier. Oh scheiße, da kommt welche, da kommt welche. Ja, hier ist wieder nichts drin. Wir können wieder verschwinden. Keine Money mit Makarov. Ich hätte doch drei Magazine. Ah, runtergeflogen. Ah, scheiße, oh! Scheiße, oh! Scheiße, fuck! Nein, ich blutig, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Ich will nicht wieder... ...mein 60er-Film haben. Ohne Farbe. Okay, der hat Penkelas. Ich will jetzt meine Munition nicht verschwenden. Und Penkelas. Boah, das ist ja Hammer hier. Penkelas sieht das Ganze viel spannender aus. Äh, ohne Penkelas, meine ich. Ich nehme welche. So, bitte beruhigt. Wie kann man so daneben schieben, wie ich gerade? Ich hab so neben den Kopf geschlossen. Ich bin im Feuerwehraus, ne? Nicht, dass du mich jetzt abknallst. Ne, ne. Scheiße, das ist niemand. Scheiße, man. Die Makarov braucht so viele Schüsse, das abnormal, ey. Habe ich deswegen schon mein, äh... meine Magazine leergeschossen. Er kann gut sein. Er kann gut sein. Er kann gut sein. Vorsicht, ich geh jetzt raus, ich komm raus, Vorsicht. Ja, hallo, wenn ihr jemand anders wäre, der hätte schon gekillt. Woh, wie viel Leichen hier liegen, ey, das ist ja nicht normal. Können wir jetzt mal wieder abhauen, ich glaub, ich hab zu einem nicht so gut gefühlt. Was ist 200 RND M249 Bell? Das ist für die M249 die Munition, das sind die 200 Teile, also wenn man die Waffe hat, dann hat man so gesehen, schon gehören. Okay. Außer so ein scheiß Camper kommt wieder. Ich suche hier gerade nach Makarov Munition durch. So? Hallo? Gut. Die haben nix, die haben nix. Habe ich noch Munition in meinem Alice Pack? Bitte? So, ja, das war's anscheinend wieder mit unserer ersten Let's Play Day Z-Folge. Tja, dann verabschieden wir uns mal von euch. Ja, auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Oh Gott.